so ist es glaube ich ein bisschen langweilig warte 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 kann ich da aufs dach natürlich okay dann machen wir du kannst ja nichts aufheben ja nein gut dann können wir ja jetzt mal wir konnten nur eine machen wie wir haben zwei das ist schon sehr schön vielleicht will es jemanden kaufen es werden immer mehr wir müssen irgendwas verkaufen oder ein bild verkaufen wir brauchen 60 60 funker klitzer steine um ich glaube ich mache das nochmal mit euch kann ich nicht sprechen oder ne warte warte kann ich da runter ne ähm ich da kann ich auch nicht runter ich will ungefähr dahin gehen also da wo es und dann die beiden schiffe irgendwie machen das wäre cool und dann gehe ich zu der äh zum captain und frag ey du hast du geld für mich du hast zwar alles gerade verloren aber willst du das kaufen und vielleicht sagt sie ja und dann haben wir genug um über die Brücke zu gehen das könnte was werden das klingt doch nach einem plan klop 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 Ja, ähm, habe ich auch gerade gesehen, Sarah, dass da halt der Fluss ist. Ähm, na ja. Also, ich kann ja schwimmen, ne? Standard. Okay. Ähm, ja. Na ja, nun ja. Krass. Aber so fetter Sonnenstrahl ins Wasser schmeißen, obwohl keine Sonne da ist. Ähm, wen können wir jetzt was verkaufen? Warte, haben wir, haben wir der, ähm, der einen da am Anfang? Warte, warte mal. Warte, warte, dann gehe ich nochmal zurück und dann klappe alle ab. Ähm, vielleicht, äh, will jemand ein Bild kaufen. Vielleicht will irgendjemand ein Bild kaufen. Entschuldigung, dass ich störe. Ähm, ja. Wer ist da? Nika? Ist das du? Ja. Nein. Was tut der Krug auf deinen Kopf? Ähm, ich hole sie... ja, nee. Es ist störe. Obviamente. Jetzt, würdest du so nett sein, dass du mich für mich gehst? Ja, sicher. Äh, wie passiert sowas überhaupt? Ja, okay. Es, äh... Es passiert. Es ist ziemlich normal, wirklich. Es passiert nicht zu dir von Zeit zu Zeit? Ähm... Aber jetzt mal ein Herz. Nee, äh, ich rufe. Es ist brillant. Ich warte hier. Ähm... So ein grumpy old, äh... Äh, Grandpa. So cool. Ah, der reisende Artist. Ähm... Oh, natürlich macht er das. Und was ist es diese Zeit? Äh, wieder? Wieder? Das ist wie die 8. Zeit. Okay, dann. Wir haben besser Hilfe gehen. Äh, ich will mit... Ja, alle, seid so gemein. Einfach immer weiter fragen. Im Ernst? Was soll das? Was machst du? Oh, das ist wirklich stuck, nicht wahr? Ja, es ist ziemlich stuck. Ich denke, was wir hier brauchen, ist etwas Soap. So. So. Jawohl. So. 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 So Angelsons vamos ver sting. Ich höre wunderschöne Geräusche. Und einige Nights, die Fenster aufstehen. Es ist ein bisschen schrecklich. Ich bin nicht schrecklich von einem Gehäuse. Er ist ein sehr altes Mann. Ich bin ziemlich sicher. Das Ort ist nett. Meine Mutter hat mich dort manchmal, aber ich bin nicht alleine. Ja. Bis bald. Soap? Well, sicherlich. Kann ich mich fragen, warum? Er hat es gemacht. Hm. Ist er... ein Freund von deinen? Ich kenne ihn kaum. Ich glaube, er ist ein echter Esel. Wir kennen uns. Äh. Ah, gut. Ich sollte dann nicht Gossipen. So. Was? Er hat Dreck am Stecken? Nee. Recht. Well, hier ist etwas Soap. Safe Travel. Oh nein. Sorry. Okay, ich hätte es machen sollen. Oh nein. Nächstes Mal. Du hast den Soap? Well, dann versuchen wir das Ding. Hier. Lass mich das Soap haben. Seife Keep. Hey! Ich will es sehen. Well, ich denke, es war es einfach, dass du in das, wenn du getan hast. Danke, dass Nika zu bekommen. Hm. Hm. Well, you are a nosy tourist, aren't you? Beeswax! Okay. Gut. Äh. Nächstes Mal einfach Neugierig zu sein, anscheinend. Hupsi. So. Ähm. Let's move, Lass. Vielleicht spuckt sie noch etwas aus, ja? Vielleicht. Nein. Nein, sie spuckt nichts mehr aus. Vielleicht spuckst du was aus? Nein. Na gut. Sorry. Ja, vielleicht später noch. Na du? Wunderbar. Das ist wunderbar. Mhm. Was ist dann? Ich weiß gerade echt nicht, wie ich über die Brücke soll. Wir haben 43. Wir brauchen ja... ... eine... Eigentlich nur einen Auftrag noch. So. Haha. Haha. Ähm. Vielleicht. Warte noch. Brauchst du ein schönes Bild? Das wird so großartig sein. Äh, nicht vergessen, mich in Nava. Ich bin meistens nahe der Brücke. Ja. Ja. Gib mir erst mal 20... Dollar. Nee. 20... Euronen. 20 Glittersteine. Damit ich wieder kann. Ähm. If only Annabelle could sail the seas once more. How cruel can this world be? Okay. Äh. Äh. Bilder nur wenn sie nachhören. Äh. Du übertreten treffst ein wenig, werde ich natürlich nicht sein. Äh. Du übertreten treffst ein wenig, werde ich natürlich nicht sein. Äh. Okay. Ja, ja. Ich hätte nichts sein sein. Gut. Ähm. Tut mir leid. Du bist so weit. I'm very very sorry. Klasse. Der Frau kann man nicht hören. Äh. Seelser. Kann ich das Brot auseinander bauen, und dann bekomme ich Rund? Habe ich jetzt genug für ein... Ne, immer noch. Ich habe voll viel Leinwände. Beziehungsweise Stoff. Aber kein Leinwände. So, aber ein Bild kann ich noch machen. Ein Piktuche. Oder... Ich hab ne Idee. Ich schlafe bis nachts und dann gehe ich zum Turm. Und da muss ja irgendwas passieren dann. Oder hast du noch was für mich? Mein Vater war ein Fischer von diesen Ozeanen. Also habe ich auf dem Seen schon viele Mal gelebt. Ich könnte nie ein Fischer sein. Warum nicht? Seamonster. Ohhhh. Das war die origine Lindeau. Der Geräusch wurde zerstört, nachdem es jeden Tag für einen hohen Monat regiert hat. Die Höhle hat einfach... weggeflogen. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die da zu schlafen haben. Herde? Okay, bis später. Okay. Dann... tue ich das mal einfach mitternacht der Geisterstunde Warte, wir fetteln vor Sarah du irritiert bist ja cool dann es ist so kalt, warte mal dann war das der Richtige? ich weiß es nicht Sarah lacht nicht aber es war der Richtige da ist das Feuer da ist das Licht warte ist das hier da ist niemand drauf oder? nee oder doch nee oder? kann ich da auch sperren? hey das bin ich rein das ist verschlossen was ist was ist was das war 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 sie das war 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 ideally was da war die war Es gibt kein Platz für sie. Ich bin nicht sicher, dass das die richtige Lösung ist. Aber die Wahl ist nicht meine. Ich hoffe, dass du das ein secret zu halten möchtest. Seine Explosion bedeutet nichts für dich und alles für denjenigen, der in die Tür zieht. Lindo. Es ist laut, da. Travelers are always bustling in and out, causing a ruckus. Nava, Lindo, Nort have found. What with all the people and all. Architekt? Well, I suppose you've already connected the dots. I knew someone would guess it eventually. The one who dwells in the tower is the architect of new Lindo. The one who designed the beautiful buildings. The one who has been missing for years now. Maybe this is for the best. Perhaps it's time someone talked to him. And maybe it's best if it's an outsider. I think, deep down, he doesn't want to be living in the tower. He is rash. And he is proud. Would you talk to him? I'll leave the door unlocked for you. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Woah. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Hey, who are you? How did you get here? Ich versuche, der alte Mann hat dir gesagt, warum ich hier bin, warum ich entschieden habe, in dieser Tauere der Solitude zu leben. Aber nachher... könnte man ja auch. Oder ist das dann so der grumpierte Sound vom... Äh... Okay, Flo. Wenn ich in Lindau lebte, war ich ein Outsider. Für ein Zeitpunkt habe ich mich zu weit entfernt, um zu einer neuen Stadt zu gehen, wo niemand mich kennen würde. Aber ich kam zu lernen, dass ich ein Outsider wäre, wo ich bin. Look at meine Gesichter! Es macht die Kinder grünen. Before ich lefte, ich war die Krankheit für eine Kindheit. Her Vater showed ihr eine neue Route zur Schule, so sie konnte es nicht passen. Estranged von all anderen in dieser Tauere, ich bin ein Outsider. Aber living in der Stadt, ich bin ein Outsider all the same. At least, hier in meine Tauere, ich will nicht fühlen die Nightsmares von Kindern. Ich dedicated mein Leben zu becoming a Great Architect. Für half a century, ich labored at this. Ich built die Stadt sie leben in. Und wie die Leute von Lindau kennen mich? Ich bin der disfigurte Architekt. Die Stadtmehrer haben nicht geprägt, was ich getan habe. Sie leben in der Marvelle von meinem Leben. Du bist keine gute Person, lol. Jemand hat ein Buch über dich geschrieben. Wirklich? Ja. Was hat es mir gesagt? Es geht hauptsächlich um deine Entstehung. Wie entstehen Menschen? Oder Affen? Oh man. Es handelt von deiner architektonischen Ära Rundschaft. Machen wir mal das. Ja. Someone's finally taken notice of my talent? Well, that is interesting. That changes everything. Oh. Ja. It's about time. This conversation. It was almost... enjoyable. Perhaps I'll see you again. But now, I'm afraid it's late. Or early, I should say. I don't believe I invited you into my house. Oh. Haha. Haha. Sah ja nett zu ihm, ja. Okay. Perhaps it got lost in the subtlety. What I meant was... Okay, ja. Entschuldigung. Ich dachte, du... Oh, du willst noch ein bisschen was quatschen. Gut. Ähm, dann... Sehr interessant. Very interesting. Mhmmm. 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 Warte mal. Mhmmm. Ich werde jetzt ein Nachtmaler. Uah. Warte mal. Mhmmm. Sieht das schön aus? Mhmmm. Mhmmm. Kann ich nachts 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 nachts? Schauen wir mal. Ach doch. Okay. Gut. Ja, doch. ja man kann die zehn Jahre bisschen zu leidt Prozent verdammt mir wird kalt na wie cool die zähne klappern oder war es zu spät bin ich erfroren das war der Fatscher gut gut naja das war das dann sind wir auch mal gestorben hier so ich hatte halt nur noch den den anderen habe ich am anfang das ist ja fies ich wandere nachts gerne rum habe ich habe ich aber das bild immer noch ja ja kann man dann schlafe ich mal die hätte nicht gedacht dass man sterben kann man stirbt nicht mann er wird ganz brav ins Bett getragen ja gut er ist zurückgekommen ich weiß es ich habe gehört dass er in der Abandone Tower ja er war immer lustig er hat sich so lange ich dachte das ist das Schlimmste ich bin glücklich dass er okay ja du bist gut du bist 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 zufrieden ich werde das im dritten dritten wo ist denn meine unterschrift hier ich wette Sanya hat dich dazu angestiftet nein hat sie nicht nein 20 schimmersteine haben wir jetzt 60 take care ja mache ich ja haben wir jetzt 60 63 sogar wir in die Untertitelung des ZDF, 2020